How are you? How are you? How has your day been? How has your week been? How are you feeling? How is your mental state? Are you eating properly? Are you happy? Hey, willkommen bei Danke Gut, dem Podcast über Pop und Psyche. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Miriam David-Wandi, Journalistin und um direkt mal mit der Tür ins Haus zu fallen, ich habe Depressionen, schon sehr lange. Und ich bin der Meinung, dass man es nur schafft, psychische Krankheiten zu entstigmatisieren und mit Vorurteilen aufzuräumen, indem man mehr und mehr offen drüber spricht. Die meisten von uns kennen das zum Beispiel aus dem Alltag, jemand fragt, wie geht's dir eigentlich? Und man antwortet mit einer Floskel wie, Danke Gut, obwohl es sehr selten wirklich so gemeint ist. Ab sofort treffe ich alle zwei Wochen hier auf Cosmo verschiedene Personen aus der Popkultur, also MusikerInnen, SportlerInnen, PolitikerInnen, YouTuberInnen und so weiter. Und wir sprechen über persönliche Erfahrungen mit allem, was irgendwie mit der Psyche zu tun hat. Dazu gehören Erstörungen, Depressionen, Bipolarität, Suizidgedanken und vieles mehr. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen bis hin zu Suizid besprochen. Am Ende des Podcasts und in den Shownotes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote. In der heutigen Folge von Danke Gut ist der Rapper Jessen zu Gast. Diesmal geht es vor allem um die Rolle der Angehörigen psychischer Krankter. Jessen spricht darüber, wie er als Partner einer depressiven Person mit der Krankheit umgegangen ist, welche Schwierigkeiten es gab, was das mit der Beziehung gemacht hat, aber auch darüber, welche Möglichkeiten man hat zu helfen. Außerdem erzählt er, warum seine Erziehung ihn zu einem Workaholic gemacht hat und wie er von diesem Drang immer mehr und mehr leisten zu wollen weggekommen ist. Und es geht auch um seine Dystämie, also eine leichte Depression, die über einen langen Zeitraum andauert. Diesmal gibt es einige Hilfsangebote mehr für euch. Ihr könnt euch beispielsweise an den Bundesverband der Angehörigen psychischer Krankter e.V. wenden, die diverse Hilfsangebote wie zum Beispiel Selbsthilfegruppen anbieten. Oder ihr kontaktiert das Telefon unter der 0228 7100 2424 oder unter www.selefon.psychiatrie.de Jessen, wie geht's dir? Ganz gut eigentlich. Also, es gibt solche Tage und solche Tage. Heute ist so ein Tag. Also, es geht eigentlich gut. Der Durchschnitt ist gut. Man muss dazu sagen, dass es gerade sehr früh ist, für mich zumindest. Also, generell würde ich mal behaupten, für die Musikindustrie ist das gerade sehr, sehr früh am Morgen. Bist du denn so jemand, der so tageszeitunabhängig oder generell einfach über so ernsthafte Themen, die irgendwas mit Gefühlen und so weiter zu tun haben, einfach sprechen kann? Weil mir fällt das zum Beispiel schwer, wenn ich nicht so voll drauf eingestellt bin und nicht alle Umstände dafür gerade passen. Es passiert ja selten, dass man sich so vorbereitet in ein Gespräch setzt und weiß, dass es dann darum gehen wird. Oft führt einem das Gespräch ja dann dahin. Ich glaube, dass bei der Tageszeit würde das für mich jetzt keinen Unterschied machen. Also, gegen Abend ist man dann vielleicht einfach so insgesamt ein bisschen, wie sagt man, abgespannter. Aber dadurch, dass ich selber ja auch als Selbstständiger immer festlege oder ich habe Einfluss darauf, wann was passiert, bin ich, glaube ich, mittlerweile ziemlich flexibel, um wie viel Uhr ich welche unangenehmen Gespräche führen kann. Also, es gibt immer mal wieder so Meetings, wo man sich denkt, na, die würde ich eigentlich gerne noch eine Woche schieben und die müssen aber dann sofort sein und dann spricht man eben etwas Unangenehmes aus. Und das ist dann manchmal auch um neun Uhr morgens. Okay, aber na gut, du bist dann anscheinend Rede und auch Podcast erfahren. Dann musst du hier durch dieses Ding leiten, weil ich bin mir gerade nicht sicher, wie gut ich das hinkriege. Das kriegen wir schon hin zusammen. Okay, weil ich habe zum Beispiel auch bei meiner Therapie, ich habe das mal bewusst auf Mittwochnachmittag gelegt. Ich habe immer gedacht, okay, zu früh ist kacke, weil wenn ich um neun Uhr morgens anfange und erstmal eine schlaflose Nacht hatte, ist kacke. Wenn ich dann um neun Uhr morgens anfange und die Session war richtig kacke und anstrengend, dann ist der Tag gelaufen. Nachmittags ist es so, wenn ich jetzt um siebzehn Uhr pennen gehe, ist es okay, das ist nicht so schlimm. Dann kann man einfach schlafen und es kommt ein neuer Tag. Und ich dachte immer, man kann so die ersten Tage schon besprechen der Woche, hat aber vielleicht, wenn es gut war, noch Energie für die restlichen Tage. Deswegen, ich bin da leider sehr, sehr eingeschränkt auf Mittwoch zwischen 15 und 18 Uhr, was diese Themen angeht. Ja gut, aber das ist ja jetzt keine Therapie-Session. Das ist ja ein entspanntes Gespräch. Aber den Gedanken kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wir haben, was so Mental-Health-Themen angeht, wenn man so will, eine kleine Vorgeschichte. Ich hatte dir nämlich mal geschrieben nach unserem gemeinsamen Interview, weil ich da kurz vorher eine Panikattacke hatte. Ja. Und ich dachte so, boah, kacke. Ich war, glaube ich, richtig seltsam und weird und wollte nicht, dass du denkst, dass ich ein Problem mit dir hätte. Ich habe mir da so Sorgen gemacht, dass ich dir geschrieben habe, was ich sonst auch noch nie gemacht habe bei irgendjemandem. Ja, fand ich auch voll, also ich fand das voll stabil, würde man in unserer Szene sagen. Ich fand das richtig gut. Also hat mir, wie sagt man, ich hatte einen ziemlichen Respekt davor, dass du das gemacht hast, weil ich wusste, dass dir das bestimmt nicht leicht gefallen ist, das im Nachhinein zu schreiben. Nee, gar nicht. Aber fandst du das natürlich auch komisch, dass irgendeine Person, die du so gar nicht kennst, jetzt in deine Nachrichten rein slidet mit irgendeinem Gefühlskram, der dich ja erstmal nicht tangiert? Nee, also zum einen habe ich das bei Hörern meiner Musik auch häufiger. Also ich kriege teilweise sehr intime Nachrichten oder sehr persönliche Nachrichten, intim ist vielleicht falsch, aber persönliche Nachrichten von Menschen, die mir erzählen, was meine Musik bei denen ausgelöst hat. Auch Nachrichten, die ich so nicht schreiben würde, was jetzt nicht negativ ist, aber die, was ich nicht könnte oder was ich nicht wollen würde. Und ich denke aber jedes Mal, das ist krass, wenn die Leute das machen, also das ist ja dann oft nicht mal so ein Fan-Ding, sondern wirklich, dass jemand das Verlangen hat, mir das mitzuteilen, dass es ihm geholfen hat oder dass es irgendwie ihn dazu gebracht hat, über ein Thema anders nachzudenken. Und so aus der Warte kenne ich das, aber so in diesem, sag ich mal, als Journalistin das zu machen, hat das ja eine ganz andere Fallhöhe. Ja, voll. Ja, und deswegen, ich fand das sehr gut, also ich habe dir dann auch geschrieben, glaube, ich denke, dass ich dir das geschrieben habe, dass man das nicht gemerkt hat oder dass ich das nicht gemerkt habe und dass ich auch gar nicht das Gefühl hatte, dass dir irgendwie unwohl war oder so. Also ich habe Interviews schon geführt oder Interviews wurden mit mir geführt von Leuten, die sich sehr, sehr merkwürdig benommen haben und von denen keine Nachrichten mehr danach gab. Also fand ich das ehrlich gesagt sehr sympathisch und irgendwie, wie das aber oft so ist, wenn Leute sowas mit dem nötigen Fingerspitzengefühl auch an einen herantragen, dann hat man ja eher das Gefühl, dass man, also dass so eine Mauer fällt oder so. Also ich hatte danach das Gefühl, okay, wir kennen uns jetzt besser. Also obwohl das nur so eine Offenbarung vielleicht war, die du aus einer Not heraus gemacht hast, war das trotzdem irgendwie für mich so cool. Also ich hatte da Respekt vor und fand das irgendwie, ja, sympathisch. Okay, dann haben wir jetzt ja die perfekte Voraussetzung, um jetzt weiterzumachen. Jetzt musst du nämlich alles aus deinem Leben erzählen. Perfekt. Ja, fangen wir mal ganz von vorne einfach an, so ganz plump gefragt, wie war so Kindheit, Jugend für dich? Also. So kurz du das zusammenfassen kannst. Also es war privilegiert, obwohl man glaube ich nicht sagen würde, dass meine Eltern privilegiert waren. In dem Sinne, mein Vater ist aus Algerien eingewandert in den 70ern und hat dann hier in Deutschland studiert. Damals gab es noch andere Programme, Einwanderungsprogramme. Die Politik war wesentlich offener, die Gesellschaft nicht unbedingt. Aber er hatte die Möglichkeit, dann hier tatsächlich eine gute Ausbildung zu machen. Das hat ihm natürlich aber trotzdem sehr viel Abstriche. Er kam aus Algerien, aus eher, sagen wir, ländlichen Verhältnissen. Also jetzt auch kein Luxusleben. Im Gegenteil. Aber er musste auf jeden Fall hart arbeiten, um hier auch sein Studium finanzieren zu können und hat einfach Arbeit gemacht. Ich glaube, in unserem Alter müsste das heute keiner mehr machen. So Fließbandarbeit, das würde glaube ich heute anders laufen. Aber das war der Background meines Vaters. Und meine Mutter kam aus einer Landwirtschaftsfamilie, hat auch dann studiert. Die haben sich in Darmstadt kennengelernt. Und noch als sie beide studiert haben, kam ich auf die Welt. Ich glaube, das erste Jahr oder die ersten Monate auf jeden Fall. Als Baby war ich dann mit denen im Studentenwohnheim noch, in irgendeiner WG. Und danach sind wir dann in so eine Wohnung gezogen. Also da kann ich mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Nur so von Fotos kenne ich das. Das war halt so eine richtige, das war halt eine kleine Absteige, würde man wahrscheinlich sagen, so im Bahnhofsviertel in Darmstadt. Genau. Und dann habe ich eigentlich so, als ich älter wurde auch, hat sich unser Lebensstandard immer mehr gesteigert, bis wir dann zum Schluss auch in so einer Reihenhaushälfte gewohnt haben, aber nur zur Miete. Also so bis über die Eigentumsschwelle sind wir nie gekommen. Daran arbeite ich jetzt. Aber genau, das waren so die Umstände. Und eigentlich war, also ich war auf einer guten Schule und eigentlich war alles cool. Meine Eltern haben halt irgendwann in ihrer Beziehung Probleme bekommen. Und das wurde dann auch auf jeden Fall zu Strapaze für meine Schwester und mich. Ja, daraus habe ich, glaube ich, viel mitgenommen, ob ich wollte oder nicht. Darüber hinaus war ich eigentlich immer, in unserem Vorgespräch meintest du schon, dass du rausgefunden hast, dass ich eher so ein Nerd war. Das habe ich anscheinend schon mal irgendwo erzählt. Aber mein Vater hat mich halt früh an den Computer herangeführt und mir auch immer die Möglichkeit gegeben, den zu nutzen, auch wenn er nicht da war und sowas. So, das war irgendwie großes Vertrauen. Und ich glaube, als Kind spürt man sowas dann auch, wenn man was darf, was eigentlich für die Erwachsenen ist. Und ich glaube, da habe ich dann irgendwie sehr viel aufgenommen und dann früh angefangen so zu programmieren. Dann halt irgendwann kam die Musik dazu, da irgendwie produziert und Webseiten, Communities gebaut und so ein Zeug halt. Also ich habe sehr viel Zeit vorm Rechner verbracht tatsächlich als Kind. Um auf dieses Nerding zurückzukommen, wenn ich richtig zugehört habe in deiner Musik, dann war das vielleicht auch so ein bisschen eine Ausflucht vor dieser Situation mit den Eltern, während deine Schwester ja, glaube ich, mehr so reingeschmissen wurde in das Ganze. Ich kriege es gerade nicht mehr zusammen, auf welchem Song das war, aber ich glaube, du weißt, worauf ich raus möchte. Also es war auf jeden Fall so, dass ich, also auch durch den Altersunterschied, meine Schwester ist fünf Jahre jünger als ich, war ich irgendwann in einem Alter, wo ich mich dem nicht mehr so aussetzen musste. Ich hatte irgendwie mein eigenes Leben sozusagen schon, auf das meine Eltern nur noch bedingt Einfluss hatten. Meine Schwester war halt noch jünger und hat das halt dadurch einfach ein bisschen mehr abbekommen, wenn dann da Meinungsverschiedenheiten waren, auch was die Erziehung angeht oder was man darf, was man nicht darf und so. Das war dann für mich schon egal. Ich kannte die Regeln sozusagen. Ich wusste, wie ich sie umgehe und habe einfach mein Ding gemacht. Und dann war es halt räumlich auch so, dass ich irgendwann in den Keller gezogen bin. Also es war jetzt kein Riesenhaus so, das war halt so ungefähr so wie hier, nur mit weniger Licht. Also so ein winziges Fenster und da habe ich aber halt Musik machen können, war laut und hatte da halt alles, was ich an Technik brauchte und meine Ruhe. Und zu diesem Nerding, war das je ein Problem für dich? Also hast du dich dadurch je weird gefühlt oder war das so okay für dich? Ich hatte halt dann auch so eine Zeit lang einfach Freundschaften, in denen das auch eine Rolle gespielt hat, wo wir dann irgendwelche LAN-Partys gemacht haben oder wir haben zusammen ein Spiel programmiert oder so ein Kram. Musik war halt tatsächlich, da war ich immer so alleine mit. Also da hatte ich dann irgendwann, da war ich aber dann schon volljährig, da hatte ich dann so einen Kumpel, mit dem ich dann wirklich Musik gemacht habe. Und vorher habe ich das alles irgendwie nur mit Fremden übers Internet irgendwie halbwegs gemacht oder für mich alleine. Aber so dieses Nerding selbst war, glaube ich, jetzt nicht so ein Problem für mich. Ich habe halt gemerkt, dass ich so, also es gab halt die Jungs, die gut im Sport waren und die frühen Motorradführerschein hatten und so, die waren halt cooler für die Mädels auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich mit dem Musikding auch eher so für mich geblieben bin, war das jetzt auch nie so das Ding, wo man, weiß ich nicht, mit stolzer Brust irgendwie rausgegangen ist und gesagt hat, guck mal, ich bin auch cool. Also so, aber das ist, glaube ich, eher rückblickend. Damals war mir das jetzt nicht so ein Dorn im Auge oder so, dass ich ein Nerd bin. Also ich hatte auch trotzdem Freunde und wir haben auch Scheiße gebaut. So das war, war schon irgendwie so. Aber ja, ich glaube, dass viel, was ich heute mache, darauf basiert, dass ich früher mir alles selbst beigebracht habe. Aber bei dir zu Hause wurde sehr viel Musik gehört. Zumindest hast du mal irgendwann gesagt, dass dir das geholfen hat, um leichter über Gefühle sprechen zu können, weil bei euch so viel Musik gehört wurde? Also es wurde halt schon viel Musik gehört. Meine Eltern haben beide sehr, sehr gerne Musik gehört bis zu einem gewissen Zeitpunkt und vor allem sehr durcheinander. Also da gab es so arabische, traditionelle Musik, also so Folklore praktisch, aber auch Reihmusik, also arabische Popmusik. Es lief aber auch Reggae, es lief dann aber auch so Foreigner und so. Also im Prinzip, ich glaube, meine Eltern haben einfach noch sehr lange die Musik aus ihrer Jugend gehört. Aber ich glaube, was es mir auf jeden Fall erleichtert hat, ist, dass ich insgesamt offen bin, was Musik angeht. Und also viel Musik gehört habe und auch beim Musik machen dann nicht so die Schwierigkeiten hatte, über mich in der Musik zu reden oder über was Deepes, würde man jetzt sagen. So Themen dann irgendwie in sich selbst zu finden, weil das auch in der arabischen Musik viel der Fall ist. Ja, ich glaube, diese Vielfalt an Musik hat mich tatsächlich dann doch geprägt. Ja, das ist irgendwie auch ganz spannend, dass die Musik, mit der man aufwächst und wie sie bestimmte Themen behandelt. Ich kenne das ja auch aus der iranischen Musik, da läuft das ja ähnlich. Da ist ja schon sehr viel Herzschmerz dabei, sehr emotional. Und klar, ich kann mir gut vorstellen, dass das, was man als Kind hört, dass es ja irgendwie so selbstverständlich ist, dass auch irgendwelche älteren Männer heulen über Gefühle und dass ihre Frau sie verlassen hat und so. Ich glaube, da gibt es schon kulturelle Unterschiede auf jeden Fall. Ja, ich glaube, es hat halt auch musikalisch oft so einen emotionaleren Zugang irgendwie, arabische Musik oder arabischsprachige Musik. Auch französische Musik, wenn man so Chansons nimmt zum Beispiel, das hat mein Vater auch sehr viel gehört. Da ist oft, selbst wenn man die Sprache nicht spricht, oft schon die Gemütslage erkennbar durch die Gesangsform. Und wenn man sich so deutsche Popmusik, also hat sich ja jetzt mittlerweile auch gewandelt, aber wenn man sich deutsche Popmusik aus der Zeit anhört, gibt es da wenige Interpreten, bei denen man das sofort spürt und bei denen das auch so eine authentische musikalische Umsetzung findet. Du hast auch im Vorgespräch zu mir gesagt, dass es in deinem Aufwachsen oder in deiner Familiengeschichte begründet ist, wie du geworden bist. Also okay, das macht erstmal Sinn, das ist glaube ich bei den meisten Menschen so. Aber dass du so eine Art Workaholic geworden bist, dass das darin begründet ist. Ja, ich glaube schon. Also zum einen glaube ich, dass die Einstellung, die mein Vater zu Karriere oder zu Berufsleben in Deutschland hatte, auf mich abgefärbt hat. Na klar, die klassische Migra-Geschichte. Ja, aber es ist halt, also mein Vater hat es glaube ich auch nicht so richtig hundertprozentig bewusst gemacht, aber es war schon, also wenn du eine 2 hattest, hattest du halt keine 1. Das ist halt, es wurde mir schon immer wieder bewusst gemacht, da ist noch Luft nach oben, da ist noch Luft nach oben. Und ich glaube, das ist so mein Credo, womit ich alles mache, was auch anstrengend ist. Ja, noch Luft nach oben ist ja noch nett. Also bei mir war eine 2 schon, du bist kurz vor Arbeitslosigkeit. Ja, also das war so, den Ton hat es dann auf jeden Fall bei einer 3 bekommen. Und ich kann mich daran schon noch erinnern, dass es auf jeden Fall so war, dieses, man arbeitet und man lernt und alles bis zum letzten Moment, bis es dann geleistet werden muss sozusagen. Also jetzt bei einer Klassenarbeit bis zum letzten möglichen Moment. Und also ich kann es mir nur so erklären, dass ich so einen Zwang mittlerweile habe, also ich versuche auch dagegen zu arbeiten, weil das nicht cool ist auf Dauer. Alles, also wirklich alles und halt auch unwichtige Dinge mit so einer Akribie zu betreiben, ist, ich glaube, dass das daher kommt. Also so dieses Gefühl, dass immer noch was geht und noch was geht und noch was geht. Und ja eben, was du auch meintest, dass unten drunter alles schlecht ist, würde ich, denke ich, da verorten. Und dann kommt natürlich dazu, dass man dann ja auch merkt, dass es funktioniert. Und dieses Gefühl, also ich habe das früher für mich war auch, bis ich 16 war oder so, Rassismus nicht, also als Wort sozusagen gar nicht präsent. Ich war in meiner Klasse mit einer Mitschülerin, wir waren die einzigen, denen man am Namen schon angemerkt hat, dass wir Background hatten. Und ansonsten hat aber auch keiner einen oder keinen sichtbaren, keinen lesbaren. Und das war schon so, dass wenn dann auch ein neuer Lehrer kam und man hat am Anfang gleich eine Spitze bekommen irgendwie so von wegen bei der Namen, die Namensliste wird vorgelesen und dann wird da gestockt so. Und dann hat man schon so gemerkt, aha, okay, dem muss ich jetzt beweisen. Und dann war dieser Moment, unterschätzt zu werden und dann mit so einer Brillanz, sage ich mal, dann aufzufallen oder besonders gute Noten zu haben, besonders schlau zu sein oder so. Das gibt halt eine unglaubliche Befriedigung und die, ich glaube, das habe ich auf jeden Fall auch stark verinnerlicht. Also die Erwartungen zu übertreffen ist eigentlich immer das Ziel. Ich meine, so eine Akribie, ich glaube, es gibt kaum ein Feld, wo man sich da so aushoben kann wie in der Musik. Ich meine, man kann immer noch ein bisschen was anders mixen. Man kann immer noch einen Satz umraten. Ja, exakt. Also ich habe das im Alltag und aber dann natürlich voll. Also bei Kreativen ist ja das Problem, es gibt kein richtig und kein falsch, nur in der eigenen Wahrnehmung. Und wenn man sich der dann auch nicht mehr so sicher ist, weil man, keine Ahnung, die hundertste Version gemacht hat oder so. Philipp Schwer, mit dem ich mein Album fertig gemacht habe, der hat mir da sehr geholfen, rauszukommen, als ich das gemacht habe, weil er irgendwann meinte, ja, es geht, also ab jetzt wird es nur noch anders, nicht besser. Und das habe ich mir aber versucht jetzt auch so für mein Leben ein bisschen mitzunehmen, weil es echt in vielen Fällen auch einfach schon fünf Minuten später egal ist, wie man es gemacht hat. Ja, aber als selbstständiger Unternehmer und Künstler ist das auf jeden Fall kein, also es bringt einen natürlich an gewisse Punkte, die andere vielleicht nicht erreichen wollen oder würden, aber an vielen Stellen hemmt es einen und hält einen auf und erschöpft einen, ja. Ich kenne das total gut in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Ich glaube, ich habe alles angeguckt, was man angucken kann. Ich habe jeden Song gehört, den man anhören kann. Und es hätte halt auch gereicht, einfach das letzte Album zu hören. Es hätte vielleicht gereicht, sich ein Interview anzugucken, aber ich bin da auch komplett besessen davon und das ist bei mir, glaube ich, aus einem sehr ähnlichen Grund davon, dass irgendwas fehlen könnte und dass dieses Fehlen halt nur zu dieser Zwei verhilft und eben nicht zu der Eins, weil da musst du ja alles wissen. Da musst du hundert Prozent alles abgegrast haben vorher. Ja, also ich merke jetzt so die ersten kleinen Erfolge, wo ich einfach Sachen passieren lasse oder Sachen so mache, wie ich es gerade in dem Moment machen kann und eben nicht sage, okay, ich verschiebe es auf morgen, um nochmal 24 Stunden zu gewinnen. Bisher geht es ganz gut. Gut, aber es gibt auch immer wieder Situationen, die einen dann so voll und dann aber halt auch gleich so 110 Prozent darin bestätigen, so hätte ich es mal richtig gemacht. Das ist fies. Du hast ja auch jahrelang in der Werbeagentur gearbeitet, was jetzt ja auch so ein bisschen die Klischeebranche ist für Menschen, die sich überarbeiten und dafür aber mit gratis Obst besänftigt werden vom Chef. Wie war das denn bei dir dort oder wie hat sich dein Workaholic-Dasein denn da vielleicht geäußert? Eigentlich bei allem, was ich bisher so gemacht habe oder mache, ist halt immer so der Drang, die Verantwortung auf sich zu nehmen oder an sich zu reißen. In so einem Fall ist es natürlich besonders oder anders jetzt als bei Sachen, die ich selber mache, bei denen ich mein eigener Chef bin. Da mache ich es ja auch für mein Geld. Damals habe ich es halt für das Geld von irgendwelchen multinationalen Milliardenkonzernen gemacht, was halt richtig hirnrissig ist. Also weil dafür sich dann zu verbrennen ist, also dann ist man tatsächlich so richtig auch schuld am Turbokapitalismus. Also das ist, ich finde, ich war da auch, ich habe mich da auch oft in so einer Opferrolle gesehen, aber ich glaube ehrlich gesagt, man ist da auch ein bisschen in der Verantwortung, das zu ändern. Weil diese Branche wird weiter existieren, die wird sich auch total wandeln, die hat sich jetzt auch schon gewandelt, seit ich da nicht mehr drin bin, sind bald zehn Jahre, dass ich da raus bin. Aber ich glaube, das passiert halt eigentlich im Grunde nur, wenn sich niemand mehr findet, der die Scheiße macht und wenn man es halt anders macht. Das passiert aber auch immer mehr. Aber das ist auf jeden Fall so mit dieser, also die Kombination, alles richtig und gut machen zu wollen mit einem Job, wo du dafür auch noch gelobt wirst natürlich, aber dann auch, wo keiner dich bremst, wo keiner sagt, Alter, du musst mal eine Pause machen oder mach mal einen Tag frei. Das sind halt wirklich so Klischee-Stories, aber da war halt teilweise neun Uhr morgens Anfang und am nächsten Tag um 15, 16 Uhr merken, dass einfach, also dass man sich nicht mal mehr auf ein Wort konzentrieren kann, so durchzuarbeiten und so und keiner kommt vorbei und sagt, Alter, was geht denn ab, wie siehst du aus? Ja, deswegen war das auf jeden Fall keine gute Kombination. Ich glaube, ich hätte aber noch ziemlich gut Karriere machen können in dem Bereich, also gerade mit so einer Einstellung. Also da gab es auch viele Leute, die diese Einstellung nicht hatten und die einfach nur hingegangen sind, für die das einfach nur ein Job war und das fand ich auch tatsächlich beneidenswert oft. Ja, voll. Aber die haben unter mir gearbeitet und das ist dann halt auch wieder so eine Bestätigung, dass man damit besser abschneidet. Und irgendwann hast du ja auch noch parallel angefangen, immer professioneller Musik zu machen, das heißt, du hattest eine Doppelbelastung. Ja, damals haben wir dieses Musikding noch ein bisschen, heute würde man sagen Low-Key gemacht. Also es war halt das, was man gemacht hat, während man nicht gearbeitet hat. Aber als ich dann immer, also als ich dann auch eine Verantwortungsposition hatte und ein Team geleitet habe und so, wurde dann der Arbeitsumfang immer größer und man war oft der Letzte, der halt gegangen ist. Und deswegen blieb dann echt wenig Zeit für Musik. In der Zeit haben wir auch einfach wenig Musik gemacht. Also das hing jetzt nicht nur an mir, aber das war auf jeden Fall schon so, dass man sich mit so einer Einstellung zur Arbeit schwer dazu entscheiden kann, zu sagen, okay, ich mache das eine jetzt nur noch 50 Prozent und dann habe ich noch Zeit für das andere. Wie kam dann der Entschluss zu sagen, okay, ich mache jetzt doch nur noch Musik, vor allem mit diesem Leistungshintergrund, den du hast? Also erstmal war ich abgefuckt von der Branche irgendwann. Also dann, weiß ich nicht, war dann so fünf Jahre oder so in leitenden Positionen oder habe zumindest Dinge auch wirklich mitentschieden und nicht nur zugearbeitet oder so. Und dann guckt man so zurück und will so ein Portfolio erstellen. Ich wollte mich selbstständig machen und dann merkt man so, ich habe so scheiße viel für die Tonne gearbeitet, richtig viel. Also ich habe wahrscheinlich wirklich 20 Prozent der Zeit, die ich gearbeitet habe, wurden die Sachen verwertet, die in dieser Zeit entstanden sind. 80 Prozent der Zeit habe ich einfach nur für die Tonne gearbeitet und das hat mich extrem frustriert und mir dann auch so die Augen geöffnet, was das halt für ein Business ist, in dem ich da tätig bin. Und wie da mit Leuten umgegangen wird. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe da erstmal aus so einer Festanstellung eh raus. Freiberuflich kann man da eigentlich ganz gut Geld verdienen. Das habe ich dann auch erstmal gemacht und habe dann aber, während ich das gemacht habe, eigentlich so gesagt, okay, das ist jetzt der Puffer, um dann Musik zu machen. Und halt so immer die Notlösung, wenn ich jetzt irgendwie mit der Musik nicht über die Runden kam, dann konnte ich halt da nochmal irgendwie so ein bisschen was fürs Finanzamt dazu verdienen. Okay. Aber was würdest du denn sagen, wie ist dein Verhältnis zur Arbeit jetzt? Weil schließlich hast du gerade auch schon angedeutet und denke mal, das ist auch der Grund für unser frühes Treffen, dass du jetzt ja einen Laden hast oder ein kleines Unternehmen hast, was du jetzt auch noch nebenbei betreibst. Was ja eigentlich schon wieder eine Doppelbelastung ist. Also wie ist jetzt dein Verhältnis zur Arbeit und warum machst du schon wieder so viel? Also ich glaube, dass irgendwie in mir schon so ein Drang ist, immer das Maximum rauszuholen aus der Zeit und aus mir und aus meinen Kompetenzen, sage ich mal, oder Fähigkeiten. Ich habe dann auch das mal zurückgefahren und hatte 2018 so ein Jahr, wo ich einfach wirklich gesagt habe, okay, ich mache nur Musik und ich schreibe, wenn mir danach ist und wenn nicht, dann mache ich halt nichts. Und es ging okay, aber eigentlich die meiste Zeit hatte ich ein schlechtes Gewissen, dass ich meine Zeit verschwende. Und ob das jetzt schlau ist, da wieder in die Vollen zu gehen oder nicht, wird sich dann zeigen. Aber ich glaube, dass insgesamt meine Einstellung dazu sich ein bisschen geändert hat und dass ich halt mittlerweile auch eher sagen kann, ich gebe was ab. Andere können das machen oder ich beauftrage jemanden, dann bezahle ich den eben dafür, dass er das macht und nicht ich. Und ich habe da so letztes Jahr auch gute Erfahrungen mitgemacht, dass ich einfach in Teams gearbeitet habe oder Leuten dann Sachen anvertraut habe, auf deren Meinung vertraut habe, auf deren Geschmack vertraut habe. Und das wiederum hat mir jetzt so ein bisschen Freiheiten wiedergegeben, dass ich sage, okay, dann kann ich vielleicht was machen, wenn ich mir vorher genau abstecke, was daran meine Aufgabe ist und wofür ich jemanden bezahle oder mit dem ich das mache. Und ich glaube, diese Freiheit, die nutze ich jetzt gerade wieder aus. Also es ist nicht so wie vorher, dass ich sage, okay, zu den 110 Prozent packe ich jetzt nochmal 110 Prozent, sondern jetzt ist es eher so, okay, ich habe, keine Ahnung, 150 Prozent zur Verfügung, dann bin ich am Limit. Ich versuche es auf 110 runterzufahren und gebe dann davon auch noch was ab. Okay. Und wie weiss hat sich das in Bezug auf Musik? Ich meine, da ist es ja so, man arbeitet meist von Album zu Album, von Tour zu Tour. Und ich stelle mir vor, gerade wenn eine Tour vorbei ist, wenn ein Album fertig abgegeben wurde, dass man gerade an deiner Stelle, wahrscheinlich willst du die ganze Zeit weitermachen, aber ich meine, ewig viel Live spielen, ewig viel Alben veröffentlichen kann man jetzt ja auch nicht. Ich will sich am Ende ja auch keiner geben. Wie gehst du dann damit um? Ja, es ist dann schon, manchmal fällt man in so ein Loch. Das kann man auch, also es kann sich auch negativ äußern, dass man nach so einer Tour beispielsweise dann echt so denkt, was geht eigentlich ab? Also der Rest ist ja mega langweilig so, man ist halt voll mit Endorphinen jeden Tag und kriegt Bestätigungen, einem wird zugejubelt und so. Wenn das auf einmal dann so entzugsmäßig wegfällt, dann kann man auch fallen so, aber man kann auch einfach sagen, okay, ich habe jetzt Feierabend. Und wenn man sich das dann so richtig bewusst macht, dann kann man das auch voll genießen, finde ich. Also für mich sind dann so die Monate nach so einer Phase eigentlich eher wirklich so Regeneration mittlerweile. Oder dass ich dann in der Zeit das, was vorher war, verarbeite, aber dann eher zu so groben Ideen oder Visionen oder hier und da mal was ausprobiere, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Ich muss ja zugeben, dass ich von Anfang an sehr großer Audio881-Fan war. Freut mich. Ja, das war so ungefähr zu meiner Abi-Zeit, als ich damit angefangen habe, euch zu hören und mir hat das damals sehr viel gegeben, als ich so meinem Kaff gelebt habe und gleichzeitig einen riesen Weltschmerz hatte und dachte so, boah, hier ist alles so kacke, die checken das alle nicht, die Welt geht gerade unter. Und das habe ich bei euch auch so ein bisschen gesehen und vor allem, was ich auch so ein bisschen rausgehört habe, was ich auch an mir beobachtet hatte, ist schon so eine Art Zynismus. Also irgendwann ist man ja so überfordert mit allem, was auf der Welt abgeht und so hilflos, dass man oft in so einen Zynismus auch abrutscht und ich würde euch das auch mal so ein bisschen unterstellen, dass das stellenweise so war. Inwiefern würdest du denn sagen, spielt Zynismus bei dir als Musiker, aber auch bei dir als Mensch vielleicht eine Rolle? Also inwiefern ist es auch eine Form gewesen, um Dinge zu bewältigen vielleicht? Ja, bestimmt. Also ich habe mich damals nie so als weltschmerzleidend empfunden. Ich habe aber gemerkt, dass ich wütend bin und Wut allein ist oft auch nicht unterhaltsam, finde ich. Also für Unbeteiligte ist es vielleicht abschreckend oder verstörend oder so. Ich finde, wenn man die Wut dann aber so kanalisiert in Zynismus oder schwarzen Humor, dann wird es auf einmal auch unterhaltsam und dann hören einem die Leute auch zu. Ich glaube, das war unterbewusst dann letztendlich so der Weg, warum wir bei so einem Stil dann auch gelandet sind. Mittlerweile ist es für mich eher so, dass ich sage, Zynismus ist, ich will jetzt nicht pauschal das als kontraproduktiv abtun, aber für mich war es irgendwann nicht mehr der richtige Weg, um Problemen zu begegnen. Weil es auch viele Möglichkeiten ausschließt, wenn man eine zynische Weltsicht hat und vielen Menschen auch nicht gerecht wird. Gerade wenn man von außen auf ein Problem guckt, dann zynisch darüber zu reden, ist eigentlich oft respektlos gegenüber den Menschen, die das Problem haben. Deswegen hat das auf jeden Fall bei mir jetzt nicht mehr so, ist das glaube ich nicht mehr so der Tenor. Das macht auch ein paar Sachen schwerer, weil man dann halt darauf achten muss, ob man es korrekt ausdrückt oder ob man da respektvoll mit umgeht mit einem gewissen Thema. Aber eigentlich versuche ich davon wegzukommen. Das hat man ja auch sehr stark gemerkt, ja zum Beispiel am letzten Album, da bist du ja sehr viel offener und emotionaler gewesen. Klar, vorher gab es immer mal wieder so ein paar Momente, aber Y war ja dann schon sehr, sehr offen. Was würdest du denn sagen, war so der Wandel dahin oder warum hast du dich überhaupt entschlossen zu sagen, okay, das Album wird jetzt super persönlich, so wie es im Endeffekt geworden ist? Also ich habe, bevor ich mit Audio Musik gemacht habe oder auch parallel, wenn ich Songs alleine gemacht habe, waren die eigentlich immer so. Viele sind halt, oder die meisten sind einfach nie rausgekommen. Und dann, ja, als ich das dann dann so ins Auge gefasst habe, okay, ich mache jetzt ein Solo-Album, dann war es halt natürlich auf einmal so, okay, also so wie man es vorher gemacht hat, reicht es nicht. Einfach nur so Songs, die man nur selber hören will. Und dann war die Herausforderung, okay, wie erzähle ich das so, dass jemand anders auch was davon hat, wenn er das hört. Und dann war das eigentlich wirklich so eine Arbeit am Stil, aber auch so an der Einschätzung sozusagen, wie, was kann ich überhaupt sagen, was ist von Relevanz, was sollte ich nicht sagen oder was will ich nicht sagen, an welcher Stelle wird es mir zu persönlich. Gibt es denn da so ein, oder wie machst du denn so ein Limit fest zum Beispiel als Musiker einmal, aber auch irgendwie als Person, die ja irgendwo in der Öffentlichkeit steht? Wie setzt man sich denn da selber Limits, was okay ist, was, wie sehr man sich öffnen kann, was schon zu viel ist, auch weil man ja natürlich auch Dinge verarbeitet, die das Umfeld betreffen? Ja, also andere setzen sich die Grenze ja so nach Image, das würde ich jetzt bei mir nicht sagen. Also klar gibt es Sachen, wo ich so denke, so okay, ich glaube, das nehmen die Leute bei mir dann falsch wahr oder so. Im Prinzip meine Grenze ist, wenn ich über andere spreche, dann rede ich mit denen vorher drüber, ob ich das so sagen kann, zeige denen das und hole mir dann da das Go. Aber ansonsten, ich glaube, die Grenze sinkt, je mehr Songs man macht und irgendwann, auch weil dann sonst die Themen natürlich ausgehen, aber irgendwann merkt man, ey, das und das kann ich auch noch sagen, wenn ich es gut ausdrücke. Und ich glaube, man wird einfach besser darin und deswegen kann man immer mehr von sich preisgeben. Wir waren jetzt gerade schon beim Thema Umfeld und Angehörige. Darüber wollte ich ja eigentlich hauptsächlich mit dir sprechen, wie das so war für dich als jemand, der jemanden im Leben hatte, der psychisch erkrankt war. Du hast ja auch auf deinem letzten Album den Song Meteoriten, der davon handelt. Ich würde jetzt einfach mal kurz eine Line vorlesen. Da sagst du, auf meinem Display steht der Name. Ich gehe ran und frage mich, ob ich auf deinem Display einen Doktortitel trage. Krank vor Verzweiflung suchst du mal wieder Heilung unter Y im iPhone. Soweit du natürlich erzählen kannst und darfst und willst, vielleicht kannst du so grob erstmal umschreiben, um wen sich das handelt und was mit der Person los war. Also ich war in einer Beziehung und die Person, beziehungsweise ist das eigentlich in dem Lied sogar zusammengefasst, sind das mehrere Erfahrungen mit verschiedenen Personen. Aber was mich so dazu gebracht hat, war tatsächlich eine Beziehung, die ich hatte und sie hatte Depressionen und hat die unterschiedlich versucht zu behandeln und auch mit Psychopharmaka und dann aber auch Psychopharmaka wieder abzusetzen. Und diese ganzen Prozesse habe ich da eben miterlebt und also es ist auch schon Ewigkeiten her, aber das war auf jeden Fall für mich heftig, weil ich mich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt hatte vorher. Ich wusste, dass es das gibt, aber ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet. Also oberflächlich und das ist glaube ich jetzt schon über zehn Jahre her, würde ich sagen, war damals auch der Umgang damit in der Öffentlichkeit tatsächlich richtig krass anders. Also das ist mir dann auch, als ich den Song geschrieben habe, habe ich dann nämlich auch noch darüber nachgedacht, weil ich wusste, ich werde in Interviews bestimmt danach gefragt und habe dann nochmal so gedacht, wie war das eigentlich? Und ich habe damals versucht, sogar so Infos zu finden, wie ist das für Angehörige, für Partner, für Familie und so weiter. Und außer Selbsthilfegruppen gab es eigentlich kaum Informationen dazu, also sehr, sehr wenig oder Bücher teilweise, die aber eigentlich eher Fachliteratur waren. Und es gab oft dann einfach so Ratschläge, ja man kann der Person eh nicht helfen. Grenzen setzen. Genau, also da ist ja auch irgendwie was dran und man muss auch echt aufpassen, wie viel man sich damit irgendwie belastet, aber das war halt keine Hilfe, dieser Ratschlag, zu sagen, man kann der Person eh nicht helfen. Wenn man fast rund um die Uhr mit der Person zusammen ist, bringt dieser Ratschlag halt nichts. Wusstest du das denn von Anfang an? Oder hat diese Person das kommuniziert? Nee, ich wusste das nicht von Anfang an. Wann hast du das dann gemerkt? Oder hat sich das so schleichend irgendwie gezeigt, dass da langsam was passiert und irgendwas nicht stimmt? Oder kam die Person auf dich zu und meinte, ey Jessen, ich brauche Hilfe, ich glaube, ich habe Depressionen? Nee, 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 sie wusste das vorher schon. Okay. Aber sie hat es mir nicht gesagt. Erst wesentlich später, also nach Monaten. Da war es aber dann auch irgendwie augenscheinlich, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Genau, und dann, ja, war das Problem eben auch und seitdem habe ich auch extremen Respekt vor Psychopharmaka, dass sie dann die Psychopharmaka absetzen wollte und das war eigentlich das Heftigste. Also das war eigentlich, also dann hat sich gezeigt, wie krass, also zum einen die Krankheit ist, aber zum anderen auch die Therapie dazu ist. Hat sie das denn angesprochen? Also weil du meintest, das hat sich vor allem durch die Psychopharmaka-Absetzung geäußert. Hat die Person das angesprochen, dass sie das jetzt machen möchte? Ja, aber also uns war ja, also uns war beiden nicht bewusst, was das bedeutet, aber das, was manche Leute dann so von kaltem Entzug berichten, ist das. Das war schon heftig. Aber nochmal einen Schritt vorher, ab wann stand dann das Wort Depression wirklich im Raum? Wann wurde das ausgesprochen? Ich glaube, das wurde nie ausgesprochen. Weiß ich heute, dass das so heißt. Okay. Ja. Krass. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber also wie gesagt, es ist eine Weile her, aber ja. Wie hat sich das denn dann im Alltag alles so verhalten? Wie war so euer Alltag miteinander? Schwierig. Also da will ich auch jetzt nicht so krass ins Detail gehen, aber das ist halt so eine, also weiß man ja heute auch, das ist halt eine Krankheit, die einen komplett lähmen kann und komplett aus der Realität entfernt. Entfernt eigentlich auch für andere. So dieses Abtauchen und so, dass solche Sachen oder halt so eine komplette Passivität, weil einfach gar keine Kraft dafür da ist, irgendwas in die Hand zu nehmen oder zu machen. Das war eigentlich das Prägendste für den Alltag, wenn man das Gefühl hat, man kann, egal was man der anderen Person sagt, man kann ihr nicht die Kraft oder die Möglichkeit geben, aufzustehen und die simpelsten Sachen selbst in die Hand zu nehmen. Was gab es dann trotzdem für Versuche deinerseits zu helfen und vor allem, wie hast du es geschafft, falls du es geschafft hast, irgendwie eine Waage zu halten? Das ist ja immer, glaube ich, das Schwierigste zwischen zufürsorglich sein und die Person irgendwann wie so ein Kind betrachten und zwischen den Menschen wie einen erwachsenen Menschen sehen und auch vor allem für sich selber eine bestimmte Grenze einzuhalten. Dann ist so viel Trauer und Negativität und so da, dass das einen irgendwie mit niederschlägt, aber auch natürlich die Sorge und auch das Mitleid. Also man leidet ja wirklich mit der Person mit. Das noch on top, das war einfach, also ich hatte auch niemanden, der mir gesagt hat, wie ich damit umgehen sollte. Also außer Leute, die gesagt haben, ey, du musst das vielleicht beenden. Was ich aber als Verrat gesehen hatte, weil ich wusste ja, dass es nicht an ihr liegt, sondern an dieser Krankheit. Was würdest du denn rückblickend sagen, was waren das für Fehler, die du gemacht hast, sei es ihr gegenüber oder dir gegenüber? Ich glaube, ich hätte mir zuliebe an manchen Stellen sagen müssen, das ist nicht mein Problem. Das heißt nicht, dass ich dann kalt bin gegenüber der anderen Person, aber ich kann ihr Problem nicht lösen und es ist nicht mein Problem. Ich kann ihr nur Unterstützung sein, dabei dieses Problem zu lösen. Und das, ich habe halt immer gedacht, ich könnte dieses Problem lösen. Und ich glaube, ich hätte viel vehementer darauf bestehen müssen, dass sie sich professionelle Hilfe sucht. Das habe ich immer mal wieder probiert, aber da kriegt man natürlich auch oft so einfach eine sehr defensive oder aggressive Reaktion. Und will dann da nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen sozusagen, aber eigentlich hätte ich, glaube ich, tatsächlich richtig Druck aufbauen müssen und sagen müssen, was weiß ich, wenn du das nicht machst, dann, keine Ahnung, können wir das und das und das nicht mehr tun. Oder dann, weiß ich nicht, dann ziehe ich aus oder was auch immer so. Ich glaube, ich hätte einfach die Hebel, die ich hatte, hätte ich anders nutzen sollen, statt zu versuchen, das Übel der Welt abzuschirmen, was keinen Unterschied macht. Oder mit netten Worten oder Gesprächen immer wieder das zu versuchen, weil es einfach doch einen erheblichen Unterschied macht. Und das habe ich dann auch mit den Jahren auch bei Freunden und aber auch bei mir dann irgendwie festgestellt, wenn jemand das professionell macht oder ob es einfach ein gutes freundschaftliches Gespräch ist. Also hätte ich damals so die Bildung gehabt, die man jetzt bekommen kann zu dem Thema, einfach schon allein über so Instagram-Accounts, wo einem gesagt wird, wie man sich verhalten soll, wenn man Freunde oder Verwandte hat, die depressiv sind. Ich glaube, das hätte wahnsinnig viel geholfen. Ich habe auch so ein bisschen recherchiert, was es auch gibt. Es gibt sogar einen Bundesverband dafür. Ach echt? Ja. Für Angehörige? Genau. Es gibt den Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e.V. Das ist auch krass. Ich schätze mal, das gab es damals wahrscheinlich noch nicht oder es war noch nicht so wirklich bekannt. Die bieten zum Beispiel auch ganz viele Hilfsangebote an und so weiter. Ich kann das verstehen, dass das gerade vor zehn Jahren wahrscheinlich sehr mau aussah. Ja, das Problem ist halt auch, dass du, also du hast sozusagen eine Person, die ist unfähig, sich selbst zu helfen, der es einfach an Kraft mangelt oder an der Überzeugung, dass es ihr helfen würde zum Beispiel oder auch oft dann so scham. Und alles, was man tun könnte, muss aber diese Person selber machen, was ja auch eigentlich im Grunde genommen richtig ist, weil sonst kann ich ja meine unliebsame Mutter einfach einweisen lassen. Ja, das ist auch keine Lösung. Aber ich habe dann auch, keine Ahnung, Therapeuten angerufen und so und die meinten alle, nein, sie muss selber kommen. Es gibt aber auch keine Brücke, die irgendwie geschlagen wird vom Gesundheitssystem oder von Behörden oder zumindest gab es es damals nicht oder ich habe es nicht gefunden, dass man jemanden hat, der vielleicht auch mal zu einem nach Hause kommt und mit einem darüber redet, was es denn bringen könnte, der einem die Möglichkeiten aufzeigt, die verschiedenen Therapieangebote beispielsweise. All sowas, weil ich glaube, das ist oft der Schritt, der am schwersten ist für jemanden, der psychisch erkrankt ist und der dann, wenn er nicht gemacht wird, eben auch immer wieder dazu führt, dass man dann merkt, ich mache das nicht, also wird es noch schlimmer, dann wird es natürlich noch schlimmer, also der dann zu einem Teufelskreis führt. Und da jemanden rauszuholen, wenn der vielleicht sogar auch nicht mal Angehörige hat, die ihm dabei helfen können, das finde ich, das wird halt nicht getan. Also es gibt kein, ich finde, es gibt kein aktives soziales Netz für Menschen mit psychischen Erkrankungen, zumindest keins, das man kennt. Und eigentlich sollten es alle kennen. Ja, vor allem, wenn eben, wenn du nicht einen guten Freund zur Seite hast, dann bist du ja im Endeffekt auch fast aufgeschmissen, wenn du schon den Punkt überschritten hast, wo du die Energie selber nicht mehr hast. Bei mir war das zum Beispiel auch so, hätte ich meine Freundin nicht gehabt, ich hätte mir auch niemals allein eine Therapie gesucht und dann ist ja auch noch dieser riesige bürokratische Haufen dahinter. Also es gibt natürlich Angebote, es gibt Möglichkeiten, aber woher soll man denn wissen, dass man die Krankenkassen kontaktieren kann dafür? Also woher weiß man das denn? Man muss halt auch sehen, also wenn jemand schon Schwierigkeiten damit hat, aufzustehen und einkaufen zu gehen, weil ihn Ängste oder einfach ungesunde Gedanken daran hindern oder die Scham, die Angst, dass andere Leute sehen könnten, wie man sich fühlt. Und dann von solchen Menschen zu erwarten, dass sie bei irgendwelchen Hotlines anrufen, dass sie Briefe schreiben, die in korrektem Deutsch formuliert sein müssen, bei denen man sich an irgendwelche Regularien hält, das ist einfach krank. Also es ist vollkommen realitätsfern. Ja, voll. Was würdest du denn sagen, also erstmal vielleicht, wie ist die ganze Geschichte im Endeffekt ausgegangen? Wir haben uns getrennt. Ich würde sagen, das war mit Grund dafür. Man kann es ja irgendwann auch nicht mehr so richtig voneinander differenzieren, was ist die Person, was ist die Krankheit, was auch hart ist. Aber ja, und dann, also wir hatten dann auch noch Kontakt, aber wenn sich die Person dann nicht selbst helfen will oder kann, dann ist man auch da, egal ob als Freund oder als Bruder oder so, man kann halt nicht mehr sein als eine Stütze. Und in so einer, mit so einer komplizierten, sag ich mal, Verbindung, wie dass man dann vorher auch noch eine Beziehung hatte und so, wird das halt immer schwerer. Ja. Genau. Aber ich weiß, dass sie dann Wege gefunden hat, sich zu helfen und helfen zu lassen. Okay. Inwiefern hat dich das dann verändert oder was hast du dann vielleicht davon übertragen in kommende Beziehungen und Freundschaften zu anderen Menschen? Ich glaube, ich bin sehr sensibel geworden, was das angeht. Also, dass ich sehr oft wie so einen kleinen Alarm in mir habe, so könnte es der Person schlechter gehen, als sie zugeben möchte, zum Beispiel. Und ich rede auch offener über sowas. Also, oder erwarte dann auch oft mehr Offenheit, weil ich eben denke, anders kann das halt nicht funktionieren. Mhm. Ganz vergessen gerade zu erwähnen, das Ganze, dafür gibt es auch sogar Begriffe für Angehörige. Da habe ich ein bisschen recherchiert. Es gibt ja die Primär Traumatisierten, also die, die wirklich betroffen sind. Und es gibt die Sekundär Traumatisierten. Dazu gehören eben Freunde, Angehörige, Kinder, aber auch Psychotherapeutinnen oder Leute, die zum Beispiel an einer Unfallstelle sind oder Helfer, Feuerwehrleute und so weiter. Da gab es auch über die Jahre immer wieder verschiedene Begriffe, wie so Mitgefühlserschöpfung, stellvertretende Traumatisierung und all sowas. Genau, das finde ich auch sehr spannend. Es gibt auf jeden Fall auch in der Forschung so ein Feld, was sich auch damit befasst, dass Angehörige oder Menschen, die zu tun haben mit psychisch Kranken, dass das auf die auch komplett abfärben kann. Wie du schon meintest, dass es vielleicht auch so ansteckend sein kann, in Anführungszeichen. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass mittlerweile würde ich sagen, dass ich daraus dann gesund hervorgegangen bin oder so. Zumindest also, dass es mir geholfen hat, mit einer Sache gesünder umzugehen. Aber das war auf jeden Fall noch eine Weile danach, auch in so in den Beziehungen danach musste ich daran richtig arbeiten. Weil da halt einfach bestimmte Interaktionen so verkompliziert werden und so erschwert werden, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, dass man da irgendwann so wie so ein Spürhund auf der Suche nach diesen Sachen ist, die nicht stimmen. Oder dass die Sachen, die nicht reibungslos laufen. Und da dann irgendwann wieder so eine natürliche Lockerheit zuzufinden. Also ich glaube, hundertprozentig kommt man dazu nie wieder zurück, weil man das nicht vergisst. Aber man kann auf jeden Fall sich vielleicht dann irgendwann wieder so ein bisschen darauf verlassen, dass zwischenmenschliche Interaktionen auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren, wenn sie nicht gestört sind. Und noch eine Sache, die ich auch vergessen habe, so aus Perspektive der Betroffenen, die mit einer gesunden Person zusammen war. Das ist ja auch schwierig, wenn beide Seiten das teilweise auch anfangen zu romantisieren im Sinne von, du bist mein Soulmate, nur du verstehst mich. Alle anderen sind kacke, die ganze Welt checkt das nicht. Also ich war komplett so und das übt natürlich total Druck auf die andere Person aus, die das vielleicht wiederum dann auch wieder romantisiert, weil sie sich denkt, ach ja, vielleicht ist da ja was dran. Vielleicht bin ja wirklich nur ich die Person, die jetzt gerade helfen kann, weil wir so eine feste Bindung haben. Genauso auf der Ebene, auf dieser pseudoromantischen Ebene wird das ja auch nochmal problematisch, wenn man dann Gefühle da rein interpretiert, die damit nichts zu tun haben. Ja, es ist so ein bisschen, also ohne das Kleinreden zu wollen, aber es ist wie in so einer Telenovela. Es ist halt immer Drama. Also es gibt eigentlich keine Normalität. Es gibt Höhen und Tiefen, aber die sind oft extrem. Und das führt dann natürlich dazu, dass man denkt, das ist extrem leidenschaftlich oder es wird nicht langweilig. Und die Normalität erscheint dann plötzlich wie der leidenschaftslose Alltag, den haben die anderen. So was hat man selber nicht. Aber dass das letztendlich im Grunde genommen alles in purer Erschöpfung dann endet und nicht irgendwie in einer seligen Zweisamkeit, das blendet man dann halt auch aus Selbstschutz, glaube ich, aus. Ja, und es gibt natürlich nochmal eine ganz eklige Variante, da ist ja nochmal eine Schippe drauf, dass Leute sich dann so als Held begreifen und ich muss diese Person jetzt reparieren und fixen und ich kriege das hin. Ja, das ist auch eine Hoffnung natürlich auch, die sich darin widerspiegelt. Klar. Jetzt hast du mir aber verraten, dass du nicht nur als Angehöriger schon Erfahrungen gemacht hast mit den ganzen Themen, sondern auch als Betroffener. Ja. Ich habe einfach gemerkt, dass ich oft solche Symptome bei mir bemerkt habe, wie dass ich antriebslos bin, obwohl ich mir viel vorgenommen habe oder auch Lust auf die Sachen habe. Ich hatte immer so Winterdepressionen, so habe ich das aufgefasst. Ich weiß mittlerweile, dass man das Dystämie nennt, also eine konstante leichte Depression oder leichte depressive Verstimmung. Die mindestens nur zwei Jahre geht, dann ist es eine Dystämie. Genau. Und dann, also das ist praktisch wie als wäre die Nullstimmung, die neutrale Stimmung einfach um, was weiß ich, minus fünf auf der Skala nach unten gesetzt. Das heißt, man ist konstant eigentlich ein bisschen schlecht drauf, um es jetzt mal so blöd zu formulieren. Das bedeutet halt aber auch, dass natürlich die Spitzen kleiner ausfallen und dass wenn man dann wirklich schwere Zeiten hat oder wirklich noch eine Depression dazukommt, das nennt sich dann Double Depression, dass das halt umso heftiger ist. Also die beste Erklärung, die ich dafür bisher bekommen habe, war eine Depression, eine schwere Depression auch, die, keine Ahnung, drei Monate beispielsweise geht, eine Episode ist oder ein halbes Jahr geht, ist wie ein extrem anstrengender Sprint, bei dem man sich komplett verausgaben muss. Und diese Dystämie ist wie ein Marathon, aber mit einem Stein im Schuh. Und das fand ich irgendwie ganz, fand ich ganz gut so übersetzt. Bedeutet aber auch, dass es, also es ist sehr erschöpfend auf Dauer und dadurch auch aber schwerer sozusagen zu umgehen. Man kann, aber man hat relativ große, wie sagt man, Chancen, das zu heilen mit einer Therapie. Was hast du dir denn, also ich meine, du hast dann eine Diagnose auch bekommen. Ja. Was hast du dir dann gedacht, also gerade als Mensch, der mal Angehöriger war und dann Jahre später bist du so, also hast du wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass du dann selbst dich in dieser Rolle wieder findest, auch wenn natürlich nicht ganz so drastisch. Ja. Was dachtest du da auch in Bezug gerade auf diese Beziehung? Ich habe mich natürlich gefragt, ob ich damals auch das schon hatte. Ich kann es nicht so genau festmachen, aber es könnte schon sein, dass das eine Weile schon so geht. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass ich das so ungefähr mein halbes Leben mit mir rumschleppe, ohne das so genau benennen zu können. Aber ich habe halt natürlich dann auch, also man denkt dann natürlich erstmal so, okay krass, das heißt, wenn ich mich so und so gefühlt habe, als die Person das hatte, wie fühlen sich Leute in meiner Anwesenheit und wie fühlen sich Partner, Familie und so weiter. Ja. Und es verunsichert einen natürlich erstmal, weil das vorher hat man, man sucht sich ja dann so Gründe, warum man das, warum man so ist. Ja. Und keine Ahnung, dann ist es, naja okay, es ist, weil ich da so super, weiß ich nicht, viele Drogen genommen habe, weil ich da zu viel getrunken habe. In der Zeit war das so, weil da war Winter, da hatte ich viel Stress. Und mittlerweile weiß ich aber, dass wahrscheinlich es eher umgekehrt ist, sozusagen, ich habe den Winter so wahrgenommen, weil ich das hatte. Ich habe den Stress gehabt, weil ich schon erschöpft war durch diese Sache. Das ist natürlich, wenn man es von außen betrachtet, auch so, legt es erstmal nahe, dass man es so als Ausrede nutzen kann für irgendwas. Für mich ist es aber eigentlich eher eine Erleichterung, dass ich denke, okay, also das heißt, ich muss mein Leben nicht komplett auf den Kopf stellen und die Sachen, die ich mache, sind nicht ungesund für mich, sondern ich bin einfach in einem Zustand, wo ich etwas für mich tun muss, damit ich auf ein Level komme, wo das alles normal und bewältigbar ist. Und das war eigentlich für mich eine ziemliche Erleichterung, muss ich sagen. Und wie bist du auf diesen Zustand gekommen, dass alles zu bewältigen wurde? Bin ich, glaube ich, immer noch nicht so ganz. Also ich arbeite dran. Vieles hat ja einfach, also wenn es jetzt nicht eine neuronale Fehlfunktion ist, ist es wahrscheinlich auch ein Stück weit, aber vieles hat halt mit Wahrnehmung und mit der Verarbeitung oder Interpretation dieser Wahrnehmung zu tun. Also wenn ich in einem Gespräch bin und die Person verhält sich auf einmal anders, als ich das erwarten würde und, keine Ahnung, beendet unser Treffen früher beispielsweise, Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann rausgehen und mir überlegen, warum wollte die jetzt weg? Was habe ich falsch gemacht? Oder ich kann denken, da ist bestimmt was dazwischengekommen und den Fehler nicht bei mir suchen zuerst. Oder ich spreche es einfach an. Aber es gibt verschiedene Optionen und ich habe das Gefühl, dass eigentlich so der Weg für mich ist, immer daran zu denken, dass es verschiedene Optionen gibt. Nicht nur die eine naheliegendste, also aus der Gewohnheit naheliegendste Option, bei der man einen Fehler gemacht hat oder sich daneben benommen hat oder was auch immer. Sondern, dass es auch noch andere Optionen gibt. Aber das ist halt immer noch ein Prozess. Also ich bin, ich würde mich jetzt nicht als nullgepegelt sozusagen bezeichnen. Aber das riecht mir hier doch alles nach Verhaltenstherapie. Ja, ja, exakt. Okay. Also das heißt, du bist auch schon länger in der Verhaltenstherapie. Ja, und ich muss auch sagen, also jetzt noch nicht lang, ich hatte aber auch schon mal andere Therapien probiert, immer wegen so akuten Problemen eigentlich eher. Ich hatte mal Panikattacken vor, also, na doch jetzt so 14 Jahren, 13 Jahren. Ich muss sagen, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und die richtige Therapie zu suchen. Also, weil ich habe echt richtig beschissene Therapeuten auf dem Weg dahin kennengelernt, so. Und nicht ohne Grund haben die oft auch einen scheiß Ruf, so. Also generell das Thema Psychotherapie, weil einfach viele davon meiner Meinung nach wirklich quacksalber sind, so. Oder halt Leute, die sich sehr einfach machen auf Kosten des Patienten. Und ich habe da so ein paar Leute kennengelernt. Ich bin da auch noch nicht öfter hingegangen. Man merkt das ja meistens schon nach ein, zwei Sitzungen. Und dann dabei schnell gemerkt, okay, das ist alles nichts. Und jetzt habe ich das erste Mal das Gefühl, dass ich wirklich an mir arbeite. Und die Diagnose ist gut, aber es geht eigentlich weniger darum, sondern einfach sehr pragmatisch Dinge zu ändern, die für mich ungesund sind und die ich trotzdem immer wieder mache. Gibt es denn irgendeine besonders erwähnenswerte, schlimme Therapeuten-Story? Also es gab mal einen Therapeuten, da war ich sogar dreimal, der war sowieso von Anfang an schon unsympathisch. Der hat auch sehr merkwürdige Fragen immer so gestellt. Und der, also da war ich, ja, 22, 21 oder so. Und habe halt, keine Ahnung, ich kam gerade aus der Gastronomie, habe da gearbeitet und auch an der Bar und so. Und habe halt irgendwie viel getrunken zu der Zeit, aber ich würde sagen, die meisten in dem Alter haben ungefähr dieses Trinkverhalten zu der Zeit gehabt. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so en vogue, aber damals war das auf jeden Fall normal, da wo ich herkam. Und dann hatte ich ihm von diesen Panikattacken erzählt und vielen anderen Sachen, die mich zu der Zeit beschäftigt haben, auch so Existenzängste und so. Und seine Diagnose nach drei Sitzungen war dann, das ist Alkoholismus, dafür ist er der Falsche. Und ich dachte, so rückblickend, also damals dachte ich einfach, was für ein Arsch und das ist Quatsch. Rückblickend denke ich so, ja, ich glaube, ich hätte problemlos richtige Alkoholiker werden können zu dem Zeitpunkt. Aber die Art dann damit umzugehen als Therapeut, zu sagen, dann bin ich der Falsche, müssen sie woanders hängen, müssen sie zu so einem Suchtzentrum oder so. Finde ich dann doch ziemlich fahrlässig, wenn man so einen jungen Erwachsenen irgendwie vor sich sitzen hat. Und das fand ich schon ziemlich krass, muss ich sagen. Und die Praxis sah aus, als hätte der schon lange, also würde der schon lange machen und viel Geld damit verdienen. Also das fand ich schon heftig. Okay, krass. Ich überlege gerade, ob ich schlimme Storys habe. Ich habe es zum Glück ganz gut erwischt. Das Komischste, was ich hatte, da war ich bei einer Psychoanalyse. Ich dachte, das sei voll die gute Idee, war es nicht. Und sie hat mich aber nicht eingeführt darin, wie das eigentlich funktioniert. Also dass du da eigentlich meistens liegst und dann so von dir aus erzählst. Und dann war ich da, wusste das irgendwie nicht. Da hatte ich mich mit den ganzen Therapieformen noch nicht so ausgekannt. Und sie hat mich einfach angeschwiegen. Sie hat mich 45 Minuten lang angeschwiegen. Was? Sie hat nichts gesagt. Und dann war ich so in diesem Drang. Ich wusste natürlich schon, dass man da ja vor allem von sich aus erzählen soll. Und dann habe ich einfach irgendwas erzählt. Das kam mir vor wie bei so einem schlechten Tinder-Date, wo dann der Typ so gar kein Wort rauskriegt. Ja, okay. Und wo ich so overshare die ganze Zeit. Ja. Ich frage mich ehrlich gesagt auch immer noch, wie man als Therapeut das alles von sich so fernlassen kann. Oder beziehungsweise wie man nicht das zu seinen Problemen auch werden lässt. Das frage ich mich wirklich. In der nächsten Folge hört ihr meine Therapeutin. Nee, aber das habe ich auf jeden Fall mal vor. Das wäre echt spannend. Das wäre sehr spannend, ja. Aber würdest du so eine Therapiesitzung mitschneiden? Irgendjemand hat das mal gemacht, so seine kompletten Therapiesitzungen mitzuschneiden. Eine würde ich machen. Glaubst du, die wäre genauso ungehemmt und ergiebig, wie wenn du weißt, da läuft nichts mit? Es wäre auch ein bisschen random, weil man setzt ja dann immer bei dem an, was man schon besprochen hat. Und ich weiß nicht, ob jemand, wenn ich jetzt anfange von meinem siebten Lebensjahr zu erzählen, ob man da folgen kann. Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich für die ZuhörerInnen eher random. Aber doch generell mal so mit seiner eigenen Therapeutin allgemein zu sprechen, das wäre glaube ich schon mal ein Ding. Eigentlich sind wir auch schon so gut wie am Ende. Wir reden hier schon ein bisschen länger. Ich habe gar kein Zeitgefühl. Zum Schluss fände ich es ganz gut, wenn wir das mit etwas Positivem beenden. Also ich finde es immer schwierig. Ich will ja diesen Anspruch an so einen Selbsthilfe-Podcast oder sowas will ich ja gar nicht. Und wir sind ja auch keine Profis. Trotzdem fände ich es ganz schön, vielleicht von dir zum Abschluss zu hören, was dir vielleicht selber so geholfen hat. Was für Dinge sind, auf die du achtest, die dir gut tun. Was vielleicht auch aus dieser Beziehung ein Feedback war. An Yesin, das hast du gut gemacht, das hat mir geholfen. Ja, vielleicht, weil du ja auch zu deinem letzten Album so ein Notfall-Kit hattest. Vielleicht kannst du mir einfach so ein kleines Yesin-Notfall-Kit zum Schluss mitgeben. Also worauf ich echt richtig viel angesprochen wurde nach dem Album, war der letzte Song, Ypsilon, wo ich so meinen Ausstieg aus der Arbeitswelt so ein bisschen ja auch, eigentlich nur die ersten paar Zeilen drin hatte. Da haben so viele Leute geschrieben. Zum einen natürlich Leute, die gesagt haben, ich bin auch so unglücklich in meinem Job, was soll ich machen? Was mich in eine unangenehme Situation bringt, weil ich da auch keinen allgemeinen Ratschlag geben kann. Aber auch Leute, die gesagt haben, ja, du kannst es dir ja leisten, einfach auszusteigen. Andere können das nicht. Mir ist das auch voll bewusst. Ich muss aber auch sagen, ich musste mich natürlich auch an den Punkt arbeiten, an dem ich mir das leisten konnte. Und ich habe auch in meinem Leben schon Kackjobs gemacht. Ich glaube trotzdem immer noch ziemlich fest daran, dass wenn man nur für sich selbst verantwortlich ist, man jederzeit auch selber darüber bestimmen kann, ob man sich für eine bestimmte Arbeit oder für einen bestimmten Zweck einspannen lässt und teilweise auch einfach gebrauchen lässt. Weil ich glaube, dass ein Großteil der Menschen, die die Probleme haben mit sich, mit der Welt oder mit ihrem Alltag, ein Großteil der Menschen fühlt sich gezwungen, etwas zu tun, was sie nicht tun wollen. Bin ich mir sehr sicher. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man das einmal versteht, ich bin jetzt auch nicht allwissend, aber ich habe irgendwann für mich klar verstanden und für mich eigentlich als Maxime gesetzt, wenn ich es nicht für jemand anderen tun muss, werde ich nie wieder irgendwas machen, wovon ich nicht überzeugt bin. Und seitdem geht es mir auf jeden Fall schon besser. Zumindest war das nie dann wieder das Problem, dass ich gesagt habe, ich mache hier gerade irgendwas, obwohl ich es eigentlich nicht muss. Wenn die Alternative ist, weniger Geld zu haben und du kannst damit leben, dann überleg, dass das wirklich eine Option ist oder was Neues zu starten, was Eigenes zu starten. So, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich aus dieser Zeit mitgenommen habe, weil du jetzt auch das Album-Kit da angesprochen hast. Das war eigentlich der einzige Ratschlag, den ich den Leuten mal geben konnte, wenn die mir geschrieben haben, ich will mich eigentlich selbstständig machen. Und so habe ich gemeint, ey, wenn du das finanziell machen kannst, spiele das Szenario einmal Worst Case durch. Und wenn du damit leben kannst und das immer noch besser ist als das, was du jetzt hast, dann warum versuchst du es nicht so? Und was ich so generell aus meiner Erfahrung mit psychischen Problemen mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, dass man sich helfen lassen sollte. Also ich finde, die Angst, die manche Leute haben vor einer Therapie, ist absolut unbegründet. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der wirklich so eine schlechte Erfahrung mit seiner Therapie gemacht hat, dass man sagen konnte, es ging ihm danach schlechter als vorher. Also habe ich jedenfalls noch nicht gehört. Man sollte natürlich wahrscheinlich auch immer im Austausch bleiben mit anderen Leuten, die in Therapie sind, um vielleicht auch eine Einschätzung zu haben, ob das gut ist gerade, was man macht oder nicht. Aber generell, wenn es einem schlecht geht und man hat die Möglichkeit, eine Therapie zu machen, sollte man es auf jeden Fall tun. Also auch allein schon, weil man das Privileg hat, das machen zu dürfen und weil diese scheiß Krankenkassen so viel Geld bekommen von einem, dass man es an irgendeiner Stelle wieder zurückkriegen sollte. Und deswegen sollte man dieses Recht nutzen, finde ich. Und wenn man merkt, dass es jemandem schlecht geht, so schlecht, dass er selber vielleicht nicht mehr alleine damit klarkommen sollte, sollte man ihm diese Möglichkeit oder diese Option auch immer wieder nahelegen, dass es das gibt, dass man Therapien machen kann. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das immer noch so ein Ratschlag ist, aber ich fand den damals eigentlich ganz gut, dass man sogar sagt, ich gehe beim ersten Mal mit oder ich helfe dir, ich bin dabei, ich wähle die Nummer, gebe dir das Telefon. Einfach so diese ersten kleinen Schritte irgendwie zu überbrücken. Das kann man zumindest versuchen, ja. Dann vielen Dank, Hirsten. Sehr gerne, danke schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Folge, Begriffserklärung und Hilfsangebote findet ihr auf kosmoradio.de oder auf unseren Social Media Kanälen. Solltet ihr euch betroffen fühlen, kontaktiert bitte umgehend die Telefonseelsorge online unter telefonseelsorge.de oder unter der kostenlosen Hotline 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Weitere Informationen gibt es auch auf www.deutsche-depressionshilfe.de Trust me, love me, hug me, correct me, but let me be me.